Jo moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Fußball-Bundesliga am neunten Spieltag Saison 20, 24, 25 mit den Predictions. Los geht's, alle Freitagsspiele live aus The Zone und alle Samstagspiele live aus Kersport-Bundesliga und alle Spiele live in der Sportschau im Radio. Heute um 20.30 Uhr, 20.30 Uhr, der Vizemeister, äh, der Titelfahrer, verteidiger Triff auf den Vizemeister von letzter Saison. Bayern 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Das Ganze geht 3 zu 2 auf für den Bayern 04 Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch. Dann morgen um 15.30 Uhr FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin. Das Ganze geht 5 zu 2 auf für den FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch. Dann einfach Frankfurt und VfB Bochum spielen 1 zu 1 unentschieden. Holstein-Kiel gewinnt gegen 1. FC Heinenheim 3 zu 1. TSG Hoffenheim schlägt FC St. Pauli 1 zu 0. VfB Wolfsburg gewinnt ebenfalls mit 1 zu 0 gegen FC Augsburg. Dann um 18.30 Uhr das Typico Top-Spiel der Woche live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga U-HDR, Sky Sport Top-Event in der Sportschau im Radio und in den Fernradios. Die struggelnden Borussia aus Dortmund gegen RB Leipzig. Und das Ganze geht 1 zu 1 unentschieden aus. Und übermorgen um 15.30 Uhr SC Freiburg spielt gegen FSV Mainz 05, auch unentschieden, aber 2 zu 2. Und um 17.30 Uhr Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen SV Werder Bremen 3 zu 2. So, das war's vom 9. Spieltag mit der 1. Fußball-Bundesliga für die Saison 2024-25 mit den Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehmen wir das Glöckchen. Das nicht vergessen, zockt ihr wen, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesen Channel. Bis deiner Goodkick, ciao! Bis deiner Goodkick, ciao!